Stimmt, ich wollte ja mal dieses Ding auf Englisch machen, dieses Minecapes Ding. Warum liegt hier ne Experience? Sooo, also von mir aus können wir uns wieder auf den Rückweg machen. Ja, könnt ihr mir mal sagen wie viel... Also ich hab jetzt 23 Tannenbaum, Saplings. Was willst du denn mit Saplings? Ich hab... Ich hab 11. Dafür hab ich's halbe Inventar voll mit Tannenholz. Gut. Wir rennen zurück, oder? Jetzt hab ich... Ja. Macht ja wohl kaum Sinn, jetzt nochmal in diese... Fluss 300... Fluss 300... Fluss 300... Fluss 300... Fluss 300... Und was war das andere? Fluss 300 und... 130. Michael, der Server kickt auch hier wegen... äh, bannt auch hier wegen Spam. Ich bin schon losgegangen. Kommt ihr? Ey, wo bist du denn lang? Ich steh jetzt auf der anderen Seite auf dieser kleinen Insel. Bei... Zwischen... Auf der Schneeinsel. Richtung Dschungel, oder? Richtung Grün. Epic Rap Bloody of History. Die Steilung... Willst du euch nicht? Ich seh euch nicht. Ja, ich seh auch nicht. Ich seh hier nämlich nur Dschungel rundum. Wollen wir einfach nicht mal alle in hause gehen? Ne, guck mal... Guck mal da. Wir gehen jetzt alle zu unseren Häusern, okay? Ich weiß nicht, wo man hause ist. wie wir im schnee gemacht haben es kommt zu den koordinaten minus 780 plus 690 wie du bist hinterm dschungel auf bladdy stopp hinter dir links hier unten hallo falsche richtung hier ich bin jetzt da wo ich die kühe getötet habe und ihr könnt da ja auch hinkommen ich tötete jetzt weiter die restlichen wir gehen heim ja in die richtung geht es heim warte wo ging es lang jetzt bist du wieder weg da so sieht ja auch geil aus war es jetzt wird mal endlich ein waypoint welche richtung schnee biome waypoint so guck mal die die pärz bladdy wo bist du bladdy kannst du einfach diesem scheiß fluss folgen nein ich habe ihn wieder abgelenkt worden von kühlen bladdy 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 oh man ey ich hab'n feuer aspekt spät mann für bacon ja gleich nein für beef bacon bacon and bacon stripes and bacon stripes also ich bin jetzt an der wüste wo wir vorhin mit dem boot vorbeigefahren sind ja ich komm mal jetzt hin also ich bin jetzt schon wieder in unserem dschungel was ja ich bin mit dem boot einfach rüber gefahren hey bladdy hey du depp hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir wie redest du mit mir du spaßt er hat dich depp genannt du idiot ich werde gleich wieder fsk 18 hier du meinst du ziehst deine windel aus naja oh mach ich gut tut tutu oh ein lilipad hat mal wieder mein boot zuerstört ja wie damals beim bootrennen wo ihr die extra platziert habt um die leute aufzuhalten ja und jetzt flamet da selber rum Ich hab da übrigens gar nichts gebaut Ja, ja Sehe ich schon, das Baumhaus von Onkel Was nie fertig gebaut wurde Oh ey, jetzt reicht's mir aber Boah, nee, jetzt wird mir auch ganz schlecht Ich hab jetzt gerade mal ein kleines Picknick eingelegt Geht die Sonne gerade unter? Ja Bin sofort zuhause Was hast du? Was hast du? Dämliche Mistboote Wer hatte die IT zu ner Bootexpedition? Hallo Warte, halt, stopp Du, wir sind völlig falsch, guck mal auf deine Co-Arts 130 Geht doch einfach mal ins grüne Team und guck, wo ich bin 130 Ey, wir sind dermaßen vom Co-Arts Wir sind plus 1000 Warte mal, warte mal Ja, also ich bin jetzt da Ja, da kommt jetzt ein Schneebium Alter Ach nee, ihr müsst gar nicht nach diesen Koordinaten Das sind die falschen, hab ich gerade mal so gemerkt Ihr müsst, äh Ich geb euch jetzt sofort mal die richtigen Ja, sag Bloody, bleib bei mir Ich mach gerade meine Minimap an Wir müssen nach... Keine Ahnung, wo du bist Micha, Koordinaten, F3 drücken, ablesen Gut 100 Es ist mitten in der Nacht Ja Ich hab nur ne Eisenrüstung dran Ohne irgendwas drunter Es ist eisig kalt Oh, und wir sind Wie wird's, Titanic Micha, bitte nochmal posten Neben mir ist ein leeres Boot Ja Super Wir sind Hey Komm mit, ich weiß, wo's dran geht Oh, fuck Wir sind Wir sind richtig falsch Ja, dein Mikrofon ausmachen Weil du musst telefonieren Hey Nee, muss ich nicht Wir müssen da lang Hier, geradeaus Komm Ich hab mir jetzt ein Waypoint gesetzt Ja Du fährst Nein, du fährst Wo deine Waypoints uns hinführen Haben wir ja gesehen Ja, wir müssen jetzt einmal durch die Wüste laufen Und haben es geschafft Da seid ihr Horses Nein Mit dir Nee Ich bin im Lager Hier schwimmt ne Spinne hinterher Warum schwimmt ne Spinne Oh ja Ja, jetzt geht doch mal einer An diese verdammte Tür Nein Nein Niemand macht die Tür jetzt auf Nein Auch wenn man 10.000 Mal klopft Wer ist das deine Schwester? Nein Ich hab keine Ahnung, wer da klopft Ich werde diese Tür aus Protest nicht aufmachen Creeper, Achtung Ja Creeper, komm rein Ja, das wär jetzt richtig geil Hello, Steve So Bloody, wo bleibst du? Bloody, komm Nein, nicht die Creeper Bloody, kannst du sein, dass du doof bist? Ja Und das war meine Schwester Und die checken Ich hab extra Bei meiner Eine Tür Bevor man in mein Zimmer reinkommt So ein großes Schild hingehängt Aufnahme Fresse halten Aber die checken es wohl nicht Vielleicht Vielleicht, wenn du dein Schild ein bisschen freundlicher gestaltest Ja, es steht Aufnahme Ruhe, bitte Danke Ja, du sagst Fresse halten Musst du dich wieder profilieren oder was? Jetzt komm Das ist Jugend-Assi-Scheiße Seid ihr jetzt endlich mal da oder Ich spiele schon Mikado mit den Schafen Ich weiß auch nicht, wie lange kann man brauchen, um zu so ein paar Koordinaten hinzufinden Ja, bedankt du für unseren Pfadfinder Pfadfinder? Pfadfinder ist abgestürzt, sorry Echt, wir sind immer noch mitten in der Pampa, Mann Nein, wir sind gleich da Ich muss Pipi Sind wir schon da? Ich muss mal Das Übelste Wie lange noch? Also wenn du nicht gleich still bist, drehen wir wieder um Es sind nur noch 300 Und nicht mal mehr Also wenn es so ist, wie lange noch? Weißt du, wir, äh, ne? Wir scheißen einfach auf das Dorf und bauen uns ein neues Also ich empfehle ja jetzt in der Nacht den Fußweg Es ist halt einfach Michael, du könntest dich ja mal ins Bett legen Was? Mittag wird? Nee Wär zu einfach für uns, ne? Ja Äh, Hilfe Wir nehmen den unterirdischen Weg Nein, jetzt Komm, wir legen uns beide ins Bett, dann wird Oh, Eisen Nein, guck mal Alter, ist hier viel Eisen Scheiß auf Eisen, ich will einfach nur zurück ins Dorf Ja, Eisen Scheiß auf Eisen, ich will einfach nur zurück ins Dorf Eisen Scheiß auf Eisen, ich will einfach nur zurück ins Dorf Ich nehm mal ein paar Creeper mit Ich nehm mal ein paar Creeper mit Oh fuck, ich nehm echt ein paar Creeper mit Oh fuck, ich nehm mal ein paar Malten So, ich bin wieder beim Altendorf Bist du an mir vorbei? Ja, ich seh dich Hallo Wo? Hier oben Ah, hallo Habe ich das? Weißt du was ich jetzt mache? Nein, ich schaff's nicht! Hallo Das wollte ich jetzt auch probieren, das mache ich jetzt auch Oh fuck Ja! Ja! Wo seid ihr alle gehüpft? Vom Sprungbrett aus oder? Ah, hier sind Sachen Ich bin jetzt unten beim Sprungbrett Bloody Rage Quit Nein Äh, wo bin ich denn runtergesprungen? Hier Da haben wir deine Sachen nicht ein, nur die XP So Ey, kannst du mich mal Wo bin ich denn runtergesprungen? Was soll ich denn? Hier, bei mir Wo ist hier? Wenn du lauf Richtung erstes Lager, diese Lagerhütte Oder geheimes Mais, äh, Getreidefeld Hier, da Da sind deine Sachen Kriege ich bitte meine XP? Ja Wie soll ich dir die geben? Sterben Nein Das ist doch eh null Hey Leute, ich bin der einzige, der wieder brav mit dem Boot nach Hause kommt Micha, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, komm zurück, komm zurück, komm zurück Micha, hallo Bloody war unfähig, Boot zu fahren Tutut Dafür war ich als erstes hier Und hab sogar noch Ja Und ich hab Eisen mitgebracht Micha, schau mal, ich hab Eisen Du bist Eisen Ich bin Eisen Ich bin Eisen Nein, man Ich bin der Ei, man Ich bin der Ei, man Guck mal Eisen Ja, das ist super So Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgehört? Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 2 Stunden 2 4 Stunden 3 8 Stunden 5 6 Stunden 7 Noch zu wenig um aufzuhören 9 Stunden Wir gehen jetzt mein Haus umbauen 12 Stunden Danke Oh, Creeper Mist Nein, wo ist mein Schgerät? Ich hab mein Schgerät lieber Schnelleleiste Zul lacks Problem? Ja Dich Halt die Katze, Halt die Katze, Halt die Katze, stirb Katze. Du auch. Komm her. Katze, Katze, Katze. Brauchst gar nicht rennen. So Leute, ich bin zurück im Dorf. Katze ist tot, die Katze ist tot. Ja, die ist tot. Welche Katze, die Böse Katze, Halt die Katze ist tot. Ding, fang eine Katze ist tot. Zombie. Um... ... ... ...